Am Pfahlweg in der Südstadt haben Erschließungsarbeiten begonnen. Eine Bautafel verkündet, dass hier das Eigenheimgebiet Inselseeblick entsteht. Die in das Baugebiet führende Straße hat nach dem Beschluss der Stadtvertreter den Namen Inselseeblick erhalten. Nach einem Bürgeraufruf waren dazu zahlreiche Vorschläge eingegangen. Entstehen werden in dem etwa 35.000 Quadratmeter großen Gebiet Einfamilienhäuser auf 49 Grundstücken mit einer Größe zwischen 450 und 850 Quadratmetern. Das Immobilienbüro, das für die Vermarktung des Gebietes verantwortlich ist, informierte, dass bereits 39 Grundstücke veräußert oder reserviert worden seien, darunter alle Randlagen. Mit dieser hohen Quote noch vor Beginn der Arbeiten habe man nicht gerechnet. Die Mehrzahl der Bauherren seien junge Familien. Auch einige Rostocker sind unter den Interessenten und Bauherren aus Güstrow, die sich bereits in der Rostocker Region umgesehen hätten. Gebaut wird ohne Bindung an einen Bauträger. Als Heizungsart wird Fernwärme angeboten. Es ist vorgesehen, die Erschließungsarbeiten bis spätestens Juni abzuschließen. Dann steht das Gebiet für die Hochbauarbeiten zur Verfügung. Die Straßen werden für die Bauphase zunächst ohne die abschließende Pflasterschicht fertiggestellt, um Schäden durch die Bauarbeiten zu vermeiden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017